Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der schlechten Witze! Es gibt Freunde von schlechten Witzen. Ja. Wir fliegen gerade hier runter in Eiskrone. Da fangen wir nämlich jetzt an, hier bei der Agentum-Vorhut. Ich weiß nur nicht mehr, ob man hier eine Quest hatte, die einen hinführt. Und ich bin mir jetzt ziemlich... nein, doch nicht vor! Und ich will auch so ein... oh, Leck. Ich will auch so ein kleines Schimmelchen haben. Nein, ich will keinen Leck. Ich hatte gerade einen Leck, aber ich will so ein Schimmelchen haben. Tyrion vordringen! Ja, die will Schimmel haben. Naja, einen, einen, einen vierbeinigen Schimmel. Das ist ja noch schlimmer. Keinen Flauschigen ja doch eigentlich schon, aber nicht den, der... nicht den, der giftig ist. Oh, wie fein! Wir töten Spinnen! Was ist mit mir los? Eigentlich bin ich immer nur so, wenn ich auf Energydrink bin. Ähm... ja. Aber ich bin gut drauf. Warum bin ich so fröhlich? Ach, bitte nicht, Katja. Das ist ja letzte Folge schon so schlimm. Ja, aber hier kann ich wenigstens kein Creeper in die Luft sprengen. Schau doch mal an, wo ist denn Creeper? Das wäre so gut. Und hier ist ein Creeper-Pad. Boah, ich habe mich das letzte Mal so ein blöder Ali die ganze Zeit genervt, als ich mit meinem... mit meinem Hunter Nummer 5 unterwegs war. Hier ist es, glaube ich, Hunter Nummer 6. Ja. Zwischenzeitlich war es Hunter Nummer 7, aber der Ali-Hunter musste den Druiden hier weichen. Naja... Apropos weich... Soll das etwa eine Anspielung sein? Deine Liebe. Nani! Ahaha, fütter Spinnen! Die Nani kann dich nicht immer retten. Doch, sie ist ein heldenhafter Hund. Naja, such. Wo ist sie denn? Die sind gerade wie hingeschmissen. Alle beide liegen hier gerade zwischen unseren Stühlen. Ein Bild für die Götter. Hast du ja nicht schon eine Spinne getötet? Ja. Die jetzt, oder? Nein. Die hast du nicht getötet? Ich habe vorher auch schon welche getötet. Außerdem habe ich hier überall die ganze Zeit die eingesponnenen Kreuzfahrer befreit. Die habe ich da schon davor befreit gehabt. Gar nicht wahr. Man kann die nicht doppelt befreien. Hier schau, ich mache schon wieder Schaden drauf. Machst du schon zweistellige Schadenszahlen? Ich bin nun mal ein Heiler. Hast du schon alle Spinnen? Ja. Denn ich haue schon Spinnen um. Ja, ich habe auch Spinnen umgehauen. Mir fehlen trotzdem noch fünf von den Giftsäcken. Oh. Hier muss man was looten? Ja, hier muss man was looten. Nämlich zehn Giftsäcke. Ja. Ja. Oh, ey. Hauptsache über mich sich lustig machen hier. Von wegen weiche Birne und so. Ne, das war ja eine weiche Rübe. Ich weiß grad nicht, was ekliger ist. Weiche Birne oder weiche Rüben. Ich finde, eine Birne muss immer noch bissfest sein, sonst schmeckt sie nicht mehr. Ähm, ja. Ah, eines Steins. Ja. Oh ne. Oh doch. Lieber Blitzer als Stein. Blitze kann ich noch nicht. Oh, zwei Quests. Okay, ich gehe hier rein mit einem halbtoten Fabi und fünf Prozent vom Level. Hast du gerade so viel Aderlast gemacht oder was war da los? Nö, aber ich musste ja schnell die Sachen looten. Ich hatte brennende Ansturmer eigentlich die ganze Zeit. Kleine Suizid-Goblin hier. Es war nur brennende Ansturmer. Es war nur brennende Ansturmer. Ich weiß nicht, wenn Anna das eigentlich rumbleibt. Das ging nicht. Nein. Aber das ging früher mal. Hm, also zu meiner Zeit schon nicht mehr. Also zu BC ging es definitiv auf jeden Fall schon nicht mehr. Ob es zu Classic mal ging, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja, definitiv. Ja, Haupttodesursache von Hexern. Ja, viel lustiger war es als Shadow damals. Wenn du dich mit einem Schattenwort Tod einfach umbringen konntest selber, weil du dir immer noch Schaden gemacht hast. Okay. Und mit BOD werde ich als Heiler ganz oft bestimmt an dem neuen Holyfire sterben. Was macht das? Dass nämlich 20% mehr Schaden, also damit auch Heilung macht, aber dafür den Schaden auch mir macht. Ah, okay. Und damit heißt das, dass ich mir quasi alle... was war das, glaub ich, 8 Sekunden oder irgendwas... selber nen Hit reinhaue. Oh, schau, das ist ne gute Idee. Das Pet könnte ich auch nochmal rausholen, den Himmelsdrachen. Den finde ich auch ganz goldig. Guck mal, hab ich nicht... kann doch sogar passen... Stimmt, du kannst ja den... den Kinderwochen-Willi rausholen. Den Kinderwochen-Willi. Den Kinderwochen-Willi. Ne, den hab ich doch nicht auf... ach, ich bin bei den... Oder den Wochen-Willi. Bei den Mauns. Aber ich hab keine... Ich hab jetzt keine Kontrolle. Ich hab jetzt keine Kontrolle. Ich hab jetzt keine Kontrolle. Nein, aber nicht. Nee, hab ich nicht. Ui. Wie ist das? Boah, weißt du, was ich mal raushole? Wie ein Pandaren-Mönch. Warum denn das? Weil der cool ist und der cool Geräusch macht. Doch. Geht's, der Tank. Oh, Anregen ist sowas tolles. Gute Geräusche. Oh. Jetzt ist es aber echt mal gut, Cardi. Oh Mann. Ich hab den mal an. Toll. Du hast ja auch keine... Was hast du... Was hast du denn gemacht? Gar nichts. Aber ich war übernommen und da hat mich der Hunter weggeschossen. So ein Idiot. Jetzt hab ich dir schon Battle-Rats gegeben, ja? Ich will ihn gar nicht annehmen. Bester Hunter. Oh Mann. Nee, der Worry hat nicht gewone-hitted. Ja, what the fuck is das denn? Was ist das überhaupt für ein Ge-Cheater, dass mich der Tank-Worry one-hitted, ja? Was ist das hier? War es der Tank-Worry oder war es der DD-Worry? Das ist der da vorne. Die Blut-Elfe war das nicht der Ed und Tote? Nein, das ist ja der Witz. Level 79. Was sind das denn für Zeiten, ja? Wo du jetzt hier von deinem Tank gewandelt wirst als DD. Oh toll. Jetzt sind wir auch noch alle versteinern. Weil immer die Leute zu schnell sind bei den ganzen Scheiß. Ach, haben sie es rausgenommen, okay. Ich erinnere mich noch zu gut. Wenn du weggeschubst wirst, dann versteinerst du ja nach einer kurzen Zeit, ja? Und zwar eine ganz lange Zeit war das immer noch drin. Da standen alle versteinert da. Oder das ist vielleicht nur im HC so. Das kann auch sein. Dann sind wir die ganze Zeit versteinert da und muss ich die komplette Ablauf der Zeit warten. Weil ich weiß nicht, was du gegen Halle des Steins hast, wo Halle der Stein, wenn wir sie nochmal heißen. Ich finde Halle der Blitze viel schlimmer in diesem ewig langen Branden-Bronze-Bad-Scheiß-Event. Hadi. Dir ist bewusst, dass wir in dieser Indie sind, wo das ist. Naja, das ist in Hallen der Blitze. Es ist trotzdem in Hallen der Blitze, auch wenn das ja, wenn das da hinten steht. Das ist in Hallen der Blitze, Mann, dann ist es halt hier und in Hallen der Blitze. In Hallen der Blitze ist das hundertprozentig nicht. Doch. Nein, es ist nicht. Lass uns drum betten, wenn ich verliere, kriege ich eine Massage. Was? Wenn ich gewinne? Ja, wenn du gewinnst, das ist ja das, wenn ich verliere. Ach so, stimmt, ja. Und wenn ich gewinne, dann kriege ich eine Zwei-Stunden-Massage. Super. Alles klar, aber auf meine Art. Nein! Ich fahr einfach mit dem Trecker über dich drüber. Deswegen hasse ich diese Inde, weil sie einfach so scheißelang zieht. Aber sie gibt ordentlich Erfahrung. Ich habe jetzt schon 14% gemacht. Das ist immer deine Ausrede. Außerdem will ich jede Instanz einmal zeigen, also nach Möglichkeiten. Ich glaube, ich habe bislang außer den Raid Instanzen natürlich und HDZ 1, habe ich glaube ich nur Terrasse der Magister ausgelassen. Da sage ich doch, dass das hier war. Dieser leicht genervte Blick. Oh, ich weiß, dass ich nervig bin. Gerade war ich es auch absichtlich. Mein Pandaren, wenn ich da gerade zu... ja, genau. Als ob er mir mitten im Kampfschrei hätte zustimmen wollen. Der hätte ihn ruhig mal ansprechen können, den Bran-Bronze. Fabi, du stirbst. Endlich. Nein, du wirst nicht sterben. Zack, da bist du wieder voll. Einfach hier drin sterben und EP... nee, kannst du ja gar keine EP-Leadschen. Loot-Leadschen hier. Tja. Als Top-DD hier. Oh Mann, nach Müde kommt immer doof. Dann bist du ja den ganzen Tag müde. Bei dir aber auch davor. Manno, jetzt wollte ich dir schon den Wind aus den Segeln nehmen. Ja, an dem du viel heiße Luft produzierst, ne? Das ist nämlich ein Tiefdruckgebiet. Um deine Rübe. Deswegen regnet's auch. Daher weinst du. Du bist so gemein. Aber das Problem ist, dass die Sachen auch noch gut sind, die wir immer so verzapst. Deswegen muss ich auch noch einmal drüber lachen. Dein Niveau ist einfach zu niedrig. Meine Nivea. Ja, ich brauch mal wieder neue, ist fast leer. Ja, ich geh dann mal 5 Minuten AFK. Oh, da sitzt ein Hund hinter mir. Der Hund hat Stuhl. Du meinst, der klebt da... nein, also am Drehstuhl dran. Drehstuhl? Das ist, wenn du dich einmal in den Raum stellst und dann... nein. Alter! Jetzt ist aber mal gut, das ist ja widerwärtig. Drehstuhl? Ja, das ist widerwärtig. Oh mein Gott, die Folge müssen auf jeden Fall die Michelle posten. Drehstuhl nennen, meinst du? Ja, die nennen wir Drehstuhl. Ah, nein. Ist irgendwie spannend. Warte mal, ich schreib mir das mal gerade auf. Schreibst du dir auf, was Drehstuhl ist? Nein. Ich schreib mir auf. Oh, wir sterben. HDS Drehstuhl. HDS Drehstuhl. HDS Drehstuhl. Und wenn's dann soweit ist, dann hab ich keinen Plan mehr, dass ich denn mit O schon in den Zimmer. Was war denn dieses ganz, ganz lange, was es da immer gab? Das hier. Nein, nicht die Instanz. Es gab HDL, es gab HDGDL und dann gab es aber noch was anderes. HDGDL, ADM. Als du mich. Hab dich ganz doll lieb, als du mich. Nein. Hab dich ganz doll mehr lieb, als du mich. Oder was auch immer. Ich kenne, glaube ich, noch HDGDL, FIOE. Ich glaube nicht, dass du das kennst. Doch. Wer soll dir das denn gesagt haben? Ich hatte genug von meinen Mädels, die mir das in ICQ immer geschrieben haben, wenn wir aufgegangen sind. Du hast doch in ICQ gewarnt. Gar nicht wahr. Ich hieß NERV-N-Säge. Ach, da wusste wohl jemand da schon mal, ist es schon mehr als jetzt? Ja, mein Bruder. Ah, der Arme. Eine Weile hieß ich aber auch da schon Caddy. Oder Big Face hieß ich, glaube ich, auch mal. Damals schon ein bisschen fülliger. Boah, das stimmt doch überhaupt nicht, dass ich füllig bin. Also, wenn ihr euch davon überzeugen wollt, dass ich nicht füllig bin, wenn ihr mich gerne mal sehen wollt, wie ich wirklich aussehe, dann schaut doch mal bei meinem Battlefield 3 mit Facecam rein. Ja, da hast du ja die untere Hälfte weggeschnitten. Ja, dann komme ich halt demnächst tanzend ins Bild oder sowas. Dann mache ich noch so einen Vorspann. Das ist dann der perfekte Vorspann. Das ist ja ein Gespenst. Warum kommt nach und vor müde immer du? Du stirbst. Woran denn? Warte, ich gebe hier noch Trees. Ich mache noch ein bisschen. Dich heilen jetzt meine Bäume hier in meine Bäumchenarmee. Ja, aber ich kann nicht mal mehr Adapit ein bisschen verwenden, wenn ich dort bin. Ich kann nicht mal sehen, wie viele ich heile. Du hast mir jetzt ganz schön viel HPS gebracht. Dankeschön. Verdammt, warum ticke ich denn nicht runter? Was machst du denn da? Oh, komm ey, dieser Kampf ist einfach zu lange. Das gibt es einfach nicht. Oh, ich habe jetzt 1270 HPS bringen die. Mann, das macht Zeiten, als Posse noch schwer war. Das kommt ja noch. Echt, wann? Nächstes Addon? Ja. Ja. Ey, ohne Scheiß, wie lange ging es? Das ist doch weiß. Oh, hier wird es einfach 3-5-1, das ist krass. So viel grün. Es grimmt so grün, wenn Spanien es bliebt. Das ist so gut. Eine Kette, wo es die doof aussieht. Eisgekühlte Bommelunde. Ich bin außer Reichweite. Hast du mich im Ernst eingeholt? Na? Verdammt, ich habe meinen Hyperspeed hier an. Wo ist denn der Rest? Die haben mir abgehängt. Ich habe mal gepolst. Da kommen sie. Oh nein, Fabi, du wirst sterben. Ich muss Bäumchen aufstellen. Ja, Herr Kolbock. Du hast gerade jede Sekunde ungefähr 11.000 Heel bekommen. Gut, dass du nur 18.000 Leben hast. Oh nein. Da ist er endlich. Der Ballarm. Der Ballarm. Endlich durch. Nur eine Sache ist durch. Drei Assistenz. Und dann ist das so gut. Die Sch nghiäublech. Hier kommt ein viel Geschäublech. Kommt ein bisschen. Der Ballarm. Das ist ein bisschen knifft. Hier da ist vorhin. Oh, verdammt was. Wenn man Erwartungen hat das gemacht. Oh, warte. Jetzt gleich. Das war's. Hier ist immer ein Wansch. Nimm keine Stimme, da ist die Drohling, bis die Schmiede zurückerobert ist. Ihr ändert nichts. Unmengen vergessenes Wissen vor unserer Nase. Hm. Das ist doch einfach lästig. Wir haben vielleicht die Eisenzwerge ausgeschaltet. Die da bringen am meisten. Die haben laufend bandmassenweise Eisenbrückhol ausspuckt. Ich werde die Schmiede benutzen, um eine Ladung, irgendeine zu schaffen, die Wache stehen können. Aber unsere größte Herausforderung bleibt bestehen, Lungen zu finden und aufzuhalten. Yay. Dann fertig. Yay. Bei 42% bin ich jetzt. Also hat mir das Ganze 37% gebracht. Boah, das ist doch ganz nett, oder? Oder. Oder. Oder wie, oder was? Ja, ey. Ähm, dann, dann würde ich sagen, machen wir das hier jetzt mal noch zu Ende mit den Giftsäcken. Ja. Ja. Ich brauche noch zwei. Hoppala. Zack. Boom. Ich brauche noch... Wie viel? Drei brauche ich noch. Bin mir sicher, ja? Ja. Huch. Huch. Du musst ja enter your channel, ja. Mein Kanal wurde geentert. Pfui. Es? So? Ich hab nämlich gesagt, ich wurde anal geentert. Doppelfui. Jetzt hast du es auch noch gesagt, was ich eben gedacht hab. Doppelfui? Nein. Doppelfui. Dumm dumm. Ich brauch noch einen, einen Sack. Ist doch so. Ja, ich brauch zwei. Ja, ja, ja. Könntest du mich ruhig mal helfen? Ja, könnte ich. Warum tust du es dann nicht? Hast du gedacht, dass ich das könnte? Hilf mir! Nö. Hau! Hau! Hilf mir! Äh. Wo ist hier eigentlich das Ausgebot gewesen? War doch hier auch irgendwo... So, jetzt hab ich tatsächlich dann auch mal alle. Das glaub ich schon lange nicht mehr. Nein, 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 nein. Oh, ich hab auch so ein Widder. Ich hab den Braufest wieder, aber irgendwie ist der hier cooler. 7, 73... Oh, ich muss unbedingt mal wieder den Braufest wieder... Vielleicht reite ich den hier auch zu Warlords of Draenor. Ich hab so viele coole Bodenreitmounds. Wo war denn hier nochmal das Gasthaus? Irgendein von diesen komischen Zelten, glaub ich, war das Gasthaus. Ja. Ah, da unten noch eben die Quest abgeben. Ich glaub, da war sogar das Gasthaus, oder? Nee. Ah, hier kommt jetzt als nächstes diese... ...Quest, wo wir... ...alles Mögliche retten müssen. Okay, da ich hier keinen Gasthaus finde, flieg ich nach Dalaran. Weil ich muss ins Bett... Oh, übrigens, ich war in der Eingangshalle. Daran lag's vielleicht. Da, da, da... Ich weiß aber auch nicht mehr, hier ist doch irgendwo ein Gasthaus. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Vielleicht hab ich's doch nur noch nicht freigeschaltet. Vielleicht kommt das erst, wenn wir... ...wenn wir diese Kreuzfahrer gerettet haben. Das kann natürlich auch sehr gut sein. Okay, Leute, dann, ähm... ...werd ich jetzt hier auch mal noch nach Dalaran fliegen, mich ausloggen, um den vollen Ausgehutbonus ausnutzen zu können. Und... ...dann... ...sehen wir uns in der nächsten Folge... bei der Agentum-Vorhut in Eiskrone wieder. Genau! Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!